ich rasch da aus alter ich rasch komplett aus mein eigener schokotrinklikör ist raus und hier in dem video zeige ich euch denne zack schokotrink für immer mir geschiss von candy shots mit dem geile etikett ruf ich rasch komplett aus alter das ganze ding hat 15 prozent aber nicht nur das ist draußen sondern es passende schokotrink für immer shirt die zwei produkte sind jetzt raus und kann man ab jetzt bestellen dort zu aber klein mehr ich habe mir jetzt ein kurzer in geschonk und trinkt den jetzt mit euch um den jetzt live so zu sehen mit euch zu testen ich bin schon gespannt also ich habe natürlich schon probiert aber ich habe ein gechter getrunken aber es ist jedes mal ein geiles erlebnis denne zu trinken also geschmecker sind unterschiedlich aber der schmeckt brutal wirklich er ist nicht zu stark er ist nicht zu schwach für mich ist er perfekt geruchstest leute kann ich mach geil offenem vanille eis vorstelle ja vanille eis bis hier die schokotrinklikör drüber erst rein folgendes mir haben 100 flasche hergestellt und 100 schokotrink für immer shirts gemacht wenn die jetzt zum beispiel jetzt morgen oder heute alle weg sind weiss ich nicht ob mir noch produzieren falls man noch produzieren sollte dann werde ich hier in youtube kein video mehr mache sondern nur in instagram also in instagram mache ich eine story und sagen dann hör mal zu mir produziere noch ihr könnt ab jetzt nochmal schokotrinklikör und das geile t-shirt dazu bestellen also falls ihr das video jetzt dienstag oder mittwoch oder keine ahnung wann sehen und es ist ausverkauf folgen mir einfach auf instagram den link dazu ist eine beschreibung und dort können halt gucke wann es die nummer gibt falls einen ja ne weil ich mache mit dem youtube video und sagen okay wer war ausverkauf jetzt gibt es eine nummer ne also ich weiß ja gar nicht ob wir eine nummer noch produzieren das wir ranhallen es gibt nur 100 stick alter da 100 stick es gibt nur 100 flasche 100 flasche trinkst du kein alkohol scheißegal stellst du irgendwo in die vitrine oder so das geile shirt dort dazu jetzt kommen wir zu den preise das gute stück kostet 19,95 und dieses shirt kostet auch 19,95 aber es gibt auch eine bundle das ding und das ding zusammen für 35 und ihr zahlt ihr kein versand das ist echt 35 euro beide produkte und ihr zahlt ihr kein versand ganz easy also ich musste mal probiere sorry trinke natürlich und wenn ihr euch als frau hält die flasches hier zu wie kannst du trinken ich habe noch eine die office halt nur ohne das etikett halt ne aber ich habe natürlich noch eine ne so leute wie gesagt es gibt nur 100 stick seit heute morgen kann man die bestelle ähm ganz genau deswegen heilen euch ran es wird knapp leute es wird knapp sagen nicht dass du mir geschissen gesagt hat dass es nur 100 stick gibt ja ich weiß nicht ob man auch produzieren sollte falls ja folgen mir auf instagram der link dazu ist in meiner beschreibung und wenn dann die produkte haben t-shirt oder oder schokotrinklikör machen gerne instagram story markieren mich ich teile das gerne ja ähm ja wie gesagt das war es in meinem video wo man das ganze bestellen kann einfach hier in der beschreibung dort ist der link es ist nämlich viel da und ich bin gespannt auf eure reaktionen ob euch schmeckt und keine ahne was so leute ich hau jetzt ab ihr wisst jetzt alles mhm also ne 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 noch eins viele sagen alter warum hast du nicht aus dem tetrapack deine schokotrinklikör rausgebrungen ist ja ganz klar alkohol im tetrapack schmeckt nicht da ist so richtig ups da richtig geile flasche tausend nur geiler ja das wäre likör im glas ist halt brutal geil im tetrapack alkohol im tetrapack ich kotze also leute heilen euch ran 100 flasche ne es gibt nicht nur es gibt weniger als 100 flasche weil die leute haben ja schon bestellt das wäre ranhalle ranhalle und ob nord produziert wird wie gesagt folgen wir auf instagram und da werden dann benachrichtigt falls wir nochmal nord produzieren ich bin weg euer mega schiss viel spaß beim produkt schokotrink für immer